so heute schauen wir uns den capybara an von rubber quads 5 zoll drohne habe ich auf 4s gebaut wir sehen hier vorne drin die caddx vista hier hinten drin ist eine t-motor aio mit 45 ampere f7 wir haben xing motoren 22 03,5 mit 3600 kv hier fliege ich allerdings ein motor limit auf 84 prozent um so auf knapp 3000 zu kommen es gibt keine hd mounts dafür keine kameras das design finde ich super interessant was vollkommen anderes als man sonst so an frames hat super flach der akku kommt hier in die mitte quer propeller sind habe ich vergessen ich kann es nicht lesen haku prop gucke ich nachher ja ich habe den gewogen 446 47 gramm mit einem 1200 4s heute fliege ich mit 1200 und mit 1500 china hobby line akkus und dann wollen wir noch mal schauen was vor leise alter schl Mal schlum 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020